Moini, ihr hippen Dudes und Duderinas, herzlich willkommen zur aktuellen Gedankengrütze aus dem Deistmal-Studio. Ich will in dieser Gedankengrütze heute mal ein bisschen was anderes machen. Vielleicht könnte das der Anfang einer neuen Serie sein, denn ich habe mich letztens dabei erwischt, wie ich ein klein bisschen durch meine Vergangenheit gescohlt bin. Und zwar habe ich mir die alten Mager-Botate-Folgen von damals angeschaut und habe gesehen, was da so damals Thema war. Hab gedacht, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir ein bisschen retrospektiv mal hier rangehen und das vielleicht einmal im Monat machen, indem wir sozusagen eine Timemachine anwerfen und mal schauen, worüber denn die Tabletop-Szene vor genau zehn Jahren, in diesem Monat vor zehn Jahren, denn gequatscht hat. Das folgende Video wird euch präsentiert von miniards.eu. Wir erinnern uns Mai 2012, der Wonnemonat Mai. Was für ein schöner Monat, jedes Jahr wieder aufs Neue. Und naja, es war die Zeit 2012, da war 3D-Druck noch gar kein Thema. Da wurden einfach Bits verkauft von unterschiedlichen kleinen Teilen, da wurden halt keine Geländeteile ausgedruckt oder kleine Schulterpanzer illegal dann ausgedruckt. Nein, da gab es Hersteller, die illegal Copyright-Verstöße gemacht haben und die Schulterpanzer dann in Resin verkauft haben. Solche Firmen wie Puppets, Walk-Up ist damals zum Beispiel schon. Aber auch Max Mini, die es mittlerweile nicht mehr gibt, haben damals schon ihre Sachen verkauft. Also wirklich viele von den Firmen, die heute noch existieren, gerade die sich auf Bits spezialisiert haben, gab es damals auch schon. Kickstarter war noch nicht so ein großes Thema, beziehungsweise es fing gerade erst an, dass die Brettspielindustrie und die Miniaturindustrie tatsächlich Kickstarter für sich entdeckt hatte. Cool Mini or Not hießen damals noch Cool Mini or Not und war noch nicht groß in dem Brettspiel-Game drin, sondern hatten tatsächlich noch einige Tabletop-Ranges mit am Start gehabt. Aber Kollegen von Cool Mini or Not, die später für die gearbeitet haben, und zwar die Brüder McVay, die auch damals für Games Workshop gearbeitet hatten, die haben damals, 2012, nicht nur eine coole Range von einzelnen Sammlerminiaturen gehabt, sondern sie haben auch einen Kickstarter gestartet, und zwar für ein Brettspiel mit dem Namen Sedition Wars. Sedition Wars war einer der ersten großen Brettspiel-Kickstatter, die mir aufgefallen ist mit starken Miniaturen. Und ja, Sedition Wars hatte richtig geile Figuren, das waren so Science-Fiction-Figuren, Marine-artige Typen, die im Endeffekt im Weltraumstation auf Alien-Jagd gegangen sind, sehr, sehr geile Designs von den Figuren gehabt, sehr geile Aliens, sehr geile Marines, das war schon echt, echt nice. Und wir hatten tatsächlich später, ich glaube, ein Jahr später oder so, haben wir bei Maga Botato tatsächlich auch Sedition Wars dann bekommen, als es fertig war, auch in den Handel kam. Das ist bei uns leider komplett durchgefallen. Nicht, was die Miniaturen anging, die Qualität, ich frage mich, wo sind die eigentlich? Irgendwann muss die haben. Die wollte, glaube ich, niemand haben, und ich fand das total geil, ich wollte immer die Minis dazu haben. Naja, egal, auf jeden Fall, die Figuren kamen damals sehr gut bei uns an, allerdings ist das Spiel Sedition Wars dann später, als es dann rauskam, bei uns durchgefallen, weil das offensichtlich nicht so ganz durchdacht war. Was auch nicht ganz durchdacht war, offensichtlich, war die Rückkehr von Urban Mammoth mit ihrem Spiel Urban War. Urban Mammoth war eine Firma, die damals I-Core gemacht hatte, oder aber auch Urban War im Endeffekt hatte. Das war einer der Hersteller, der Sideswitchen, Tabletop-Skirmish, aber auch Massensysteme gemacht hat. Urban Mammoth kam auch später nochmal wieder tatsächlich und hat versucht, Urban War in einem kleinen Scale zu bringen. Das war lustigerweise zu Dice-Zeiten schon, wo sie dann wirklich 15 oder 10 Millimeter, oder sogar noch weniger als 6 Millimeter Figuren dann gebracht haben in diesem Szenario. Auf jeden Fall hatten sie 2012 versucht, nachdem sie 2011 offensichtlich down gegangen sind, haben sie 2012 versucht, nochmal ihre Reihe Urban War wieder neu aufzulegen. Wir waren damals ganz heiß auf das Ganze, weil wir die vorige Reihe von Urban War damals nicht mitbekommen haben, aber die neuen Bilder für damalige Verhältnisse echt toll ausgesehen haben, die Figuren. Aus heutigen Maßstäben würde man sagen, so, ja, ist irgendwie ganz nett, aber nichts Besonderes. Damals fanden wir die Designs tatsächlich richtig, richtig geil und waren deswegen ganz heiß drauf. Ich glaube aber, mich zu erinnern, dass das Spiel damals niemals rausgekommen ist, also, dass niemals die Neuauflage wirklich hatte. Die Regelbücher, die wir damals hatten, waren noch von 2011 oder so, als wir damals versucht haben, ein Review dazu zu machen, aber der Hersteller kam nicht nach, die Figuren zu liefern und dementsprechend wurde das leider nichts. Kann ich also nicht sagen. Das wäre aber tatsächlich mal ein Spiel, was durchaus mal interessant gewesen wäre und ich muss mal in meinem Fundus gucken, ob ich eventuell da noch ein altes Regelbuch habe. Ich glaube aber nicht mehr. Ich glaube, die sind seit einigen Jahren schon raus. Ja, Urban Mammoth war damals so eine Sache, die mal wieder aufgeploppt ist und die davor, in der Zeit davor, tatsächlich mal ein Name war. Ich glaube, von 2004 gab es die Firma und bis 2011, da wurde, 2011 wurde dann offensichtlich die eingestellt und 2012 haben sie halt versucht, noch mal ein bisschen das Ganze zu rebooten. Was absolut nie ein Reboot bekommen hat, das ist Warhammer Historical. Einige von euch werden sich vielleicht erinnern, dass es bei Forgeworld, also von Games Workshop, die Tochterfirma Forgeworld, da gab es noch eine kleine Unterkategorie, eine kleine Subabteilung, die sich Warhammer Historical nannte. Warhammer Historical war tatsächlich, also haben wir uns hauptsächlich darauf spezialisiert, die Warhammer-Spiele in ein historisches Setting zu bringen, ohne die Warhammer-Settings. Da gab es Jahre vor, war es schon relativ still um Warhammer Historical. Allerdings war im Mai 2012 kam dann die offizielle Ankündigung, dass Warhammer Historical offiziell von Forgeworld eingestellt wurde. Was erst später eingestellt wurde, was zu dem Zeitpunkt aber noch aktiv war, war tatsächlich Warhammer Forge. Das war im Endeffekt eine Tochterfirma von Games Workshop, die wie Forgeworld war. Eigentlich war sie in Forgeworld integriert, aber das war im Endeffekt wie Forgeworld, nur für Fantasy anstatt für 40.000. Warhammer Forge ist aber nochmal eine ganz andere Geschichte. Wir haben, glaube ich, zwei Bücher rausgebracht, die ich hatte. Vielleicht haben sie auch drei Bücher rausgebracht, also Tamurkan und Monstrum Arcanum. Das sind auch zwei Bücher, die ich tatsächlich noch habe und auch richtig tolle Bücher sind. Aber Warhammer Forge wurde auch später, ich glaube gar nicht mal so viel später, 2014, 2013 oder 2014, wurden auch die eingestellt. Ja, traurig, traurig diese Vergangenheit. Was auch richtig traurig war, was wir zumindest damals von Mario Tato ziemlich traurig fanden und ich persönlich fand das auch ein bisschen schade, war das letzte Das-Schwarze-Auge-Miniaturen-Spiel namens Schicksalspfade. Im Mai 2012 haben wir, oder ging es los, dass das Spiel beworben wurde. Das Spiel kam kurze Zeit später tatsächlich raus, aber im Mai wurden wir richtig heiß gemacht, haben wir die ersten Figuren gesehen und die sahen richtig toll aus. Die Skypes haben die ersten Figuren bemalt, haben die ersten Spiele gespielt tatsächlich. Auf Conventions konnten wir das machen. Ich glaube, das Spiel kam im Juni raus. Also DSA-Schicksalspfade hatte damals eine rosige Zukunft zu hatten, wäre auf jeden Fall das Gefühl, weil es endlich mal wieder ein DSA-Miniaturen-Spiel war, was in Deutschland von Ulysses mitvertrieben wurde, was vielleicht eine Zukunft hatte mit modernen Figuren und einem modernen Spielsystem, das auf einem Hexfeld dann gespielt wurde, oder auf Hexfeldern. Ja, hat auch nur bis 2015 gehalten, also so richtig zum Laufen kam das Spiel nicht, obwohl es sehr gut sein sollte, aber 2015 wurde zumindest die Produktion der Miniaturen eingestellt. Was übrigens nicht eingestellt wurde, wo wir aber dann trotzdem auch im Mai 2012 die Werbetrommel richtig gerührt hatten in der kompletten Tabletop-Community, das war die Ankündigung eines komplett neuen Spiels namens Drop Zone Commander. Drop Zone Commander wurde auf der Salud 2012 das erste Mal vorgestellt und sowohl der Brückenkopf als auch wir von Marco Botato hatten damals relativ viel News aufgegriffen, beziehungsweise der Brückenkopf, glaube ich, exklusiv. Und wir waren, und ich persönlich war damals ziemlich angefixt von der ganzen Geschichte von Drop Zone Commander und wir wollten das unbedingt spielen. Ja, Drop Zone Commander handelt um die Rückeroberung der Menschheit vor den Scourge. Die Scourge, eine außerirdische, bösartige Rasse, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, symbiontenartig die Körper der Menschen übernehmen. Diese außerirdische Rasse kam auf die Erde, hat die Erde überrannt und auch viele andere Planeten und Kolonien. Und die Menschheit kam aus den äußeren Kolonien, wo sie sich zurückgezogen haben, kam sie zurück und versucht im Endeffekt, die alte Erde und die Planeten wieder zurückzuerobern. Und darum geht das. Da spielen natürlich noch zwei weitere Fraktionen mit, die Shaltari und die PHR. Und Drop Zone Commander ist bis heute ein großartiges, sehr dynamisches 10mm Wargame, was richtig, richtig toll ist. Gibt es auch heute noch. Wurde allerdings 2017 von TT Combat gekauft. Das heißt, Hawk War Games, der Hersteller von Drop Zone Commander, hat aufgehört, 2017 zu existieren. Nachdem sie aber auch Drop Fleet Commander rausgebracht hatten. Das ist im Endeffekt, spielt im gleichen Universum, spielt aber um Raumschiffschlachten, die im Orbit von Planeten spielen. In dem Endeffekt sozusagen die Vorstufe von Drop Zone Commander sind. Das heißt, da sind die Raumschiffe, die fliegen im Orbit und müssen die ganzen Drop Chips auf den Planeten absetzen. Das ist die Aufgabe in dem Spiel, um dann im Endeffekt theoretisch die Drop Zone Commander Spiele zu sein. Ja, TT Combat hatte 2017 angekündigt, hey, wir machen noch ein drittes Drop Zone Spiel. Wurde aber nie was draus. Zumindest jetzt bis 2022 nicht. Das Gute ist, dass sie den Lead Designer damals von Hawk War Games mit übernommen haben, der weiter an den Drop Zone, Drop Fleet Spielen weiterarbeitet. Das sieht man auch an den Designs und an den Spielregeln, die weiter verarbeitet oder weiter verbessert wurden. Allerdings wurde die Qualität der Figuren in Resin ein bisschen schlechter. Ich hatte tatsächlich mal ein Review dazu gebracht, aber das sollte TT Combat angeblich auch in den Griff bekommen haben. Zumindest das, was irgendwann nachgeliefert wurde, war weitaus besser. Leider ist es so, dass dank des Brexits die Verfügbarkeit nicht allzu leicht aktuell vom Drop Zone Commander ist. Aber es existiert noch und es ist ein großartiges Spiel bis heute seit zehn Jahren. Was jedes Jahr kommt, was aber auch vor zehn Jahren unfassbar viele Wellen geschlagen hat, wie immer natürlich, das war die jährliche Preiserhöhung von Games Workshop. Ja, die Preiserhöhung, ich hab da mal ein bisschen reingeschaut. Und ich muss ja sagen, meine Güte, waren das Preise damals. Als Beispiel eine Packung Zerfleischer. Eine Packung Zerfleischer hat damals 22,75 Euro gekostet und da haben sie Wellen geschlagen, weil der Preis erhöht wurde auf 23 Euro. Um 25 Cent wurde zum Beispiel die Packung von den Zerfleischern erhöht. Es gab natürlich weitere Erhöhungen von anderen Produkten, einige wurden ein bisschen günstiger. Natürlich war ein bisschen mehr Preissteigerung drin. Ich hab jetzt nur mal ein, zwei Beispiele rausgeholt. Zum Beispiel die Höhengrubenboot hat damals, glaube ich, auch 43 oder 42 Euro gekostet. Nee, 46, auf 46 Euro wurde sie hochgesetzt. Gucken wir uns die Höhengrubenboot heute mal an, liegt die bei 55 Euro bei Games Workshop und die Zerfleischer, die auf 23 Euro hochgehoben wurden, liegen jetzt bei 31,50 Euro. Das heißt, theoretisch könnte man damals fast für zwei heutige Boxen Zerfleischer, damals fast drei kaufen. Und das in nur zehn Jahren. Also, wenn ihr euch über die Preise beschwert, nee, das ist vollkommen falsch, dann geht in die Vergangenheit zurück. Ja, hätten wir uns damals mit den Figuren mal eingedeckt, weil das waren tatsächlich noch die gleichen. Hab ich sogar. Aber wer weiß, wie großartig uns die Preise von jetzt vorkommen, wenn wir in zehn Jahren wieder zurück auf heute blicken. Was übrigens damals auch rauskam im Mai, auch von Games Workshop, war die neue Farbrange von Citadel. Citadel hat ihre Farbrange komplett im Mai, Juni, den Begriff Mai, April, Mai, Juni, haben sie komplett einmal umgestellt. Und zwar auf das System, was wir heute kennen. Ähm, die Base-Farben und Layer-Farben gab es vorher schon, aber die haben einfach alle Farben komplett ausgetauscht. Ne, dass dann zum Beispiel, ähm, die neuen Farben genannt wurden. Und vielleicht kennt ihr das auch noch aus dem Games Workshop oder auf der Webseite, wo ihr Farbtabellen habt, wo ihr gesehen habt, alte Farbe ist jetzt mit der neuen Farbe zu vergleichen und so weiter. Und da wurden die neuen Farben mit eingeführt. Unter anderem auch mit den Texture-Farben, mit den Glazes, die es glaube ich mittlerweile auch gar nicht mehr gibt. Und mit den Drybrush-Farben. Also diese Range, die heute existiert, natürlich wurde sie im Laufe der Jahre stark erweitert, auch mit den Effektfarben. Aber die Grundrange und die Grundidee der Citadel-Farben wurden tatsächlich damals etabliert in Jahre 2012. Und wir hatten auch damals bei Marko Potato einen Test gemacht, denn kurz vor Dreh haben wir so eine Box mit ein paar Farben gestellt bekommen und haben die tatsächlich auch ausprobiert. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, ich weiß gar nicht, ob ich das Video schon hochgeladen habe, sonst lau ich das mal hoch. Ich werde es auf jeden Fall hier unten verlinken. Und man muss auch sagen, dass die Farben wirklich bis heute funktionieren. Gerade die Washes, also die Shades, sind in meinen Augen bis heute immer noch unschlagbar großartig. Und die Base-Farben sind auch ziemlich, ziemlich toll. Plus einige Effektfarben. Also die Citadel-Farben haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Auch wenn sie nicht die günstigsten auf dem Markt sind. Ja, und dann habe ich natürlich noch ein bisschen weiter geschaut. Was haben wir damals zum Beispiel bei Maga Botato uns angeschaut? Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt das immer, was komplett neu war zu der Zeit. Aber wir haben das damals irgendwie uns darum gekümmert. Da waren zum Beispiel für Freebooters Fate die Ausrüstungskarten komplett neu. Die wurden auf der RPC 2012 vorgestellt. Wir haben damals Animal Tactics getestet, was auch ein ziemlich interessantes Spiel war. Ich weiß nicht, ob es heute noch so funktionieren würde. Also wenn ich mir das Video anschaue mit den Figuren von damals, obwohl das Figuren-Design passt heute irgendwie nicht mehr so geil. Unsere Bemalung war auch so mittelmäßig cool. Und das Spielprinzip weiß ich nicht, ob das heute noch so richtig cool wäre. Vielleicht ein bisschen umständlich. Aber es hat auf jeden Fall viele, viele Fans gehabt. Was übrigens auch sehr interessant war, dass Dust 1947, was wir jetzt als Dust 1947 kennen, das von Dust Studio ja jetzt vor kurzem eingestellt wurde. Das war Ende letzten Jahres, Ende 2021 oder Anfang 2022 wurde Dust halt eingestellt. Again. Denn damals im Mai 2012 kam nämlich das Regelwerk raus von Dust Warfare. Dust Warfare ist im Endeffekt genau das gleiche Spiel. Die Regeln ein bisschen abgeändert, nur dass es damals unter Fantasy Flight Games läuft. Und apropos Fantasy Flight Games. Wir haben uns damals einige Fantasy Flight Games Spiele noch eingeschaut. Und zwar haben wir uns das Song of Ice and Fire Spiel damals angeguckt, das Brettspiel Schlachten um Westeros, ein Battle-Lore-Game, das im Endeffekt auf Hexfeldern mit Armeen gespielt wurde, mit Weichplastik-Dingern. Und es war einfach die Zeit, wo Brettspielfiguren noch nicht die Qualität hatten von Tabletop-Figuren heute, beziehungsweise von den PVC-Miniaturen, wie sie heute hatten. Das war damals echt viel, viel schlechter. Wenn man sich das anguckt, boah, war das katastrophal. Und das ist tatsächlich auch nicht mehr das Brettspiel, also eine Brettspiel-Qualität, wie wir sie heute haben. Es ist interessant, sich das nochmal anzuschauen. Ich habe das damals nicht getestet, das war der Kollege. Aber ich weiß nicht, habt ihr das damals gespielt? Habt ihr Schlachten um Westeros gespielt? War das gut? Ich habe tatsächlich keine Ahnung, weil ich habe damals nur den Schnitt gemacht. Das hat sich halt, wie gesagt, ein Kollege angeschaut. Tja, ja. Und wenn wir uns das anschauen, vor zehn Jahren gab es einen jungen, motivierten, gut aussehenden Kerl, der fünf Kilo weniger hatte und noch dunkle Haare hatte. Und der hat damals mal eine Rotate moderiert. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, was ihr vor zehn Jahren gemacht habt. Wart ihr damals schon in der Tabletop-Szene drin? Was waren damals eure heißen Themen? Versucht mal zurückzuerinnern. Mai 2012, was waren eure heißen Tabletop-News oder die Sachen, worüber ihr mit euren Freunden in eurer Gruppe gesprochen habt? Oder wart ihr überhaupt noch gar nicht drin und denkt, oh Gott, wie konnte man es damals toll finden? Oder stellt ihr jetzt fest, dass ihr dann doch ziemlich alt geworden seid? All das bitte in die Kommentare. Und wenn ihr mehr von diesen Rückblenden haben wollt, die Time Machine, zehn Jahre später klüger, ich muss noch Namen dafür finden, schreibt gerne Namensvorschläge in die Kommentare rein. Und ihr wisst ganz genau, wenn ihr mehr davon haben wollt, lasst da jetzt gerne ein Abo da. Und ihr müsst tatsächlich auch die Glocke drücken, wenn ihr mitbekommen wollt, dass ein neues Video kommt. Weil wenn ihr die nicht drückt, dann wird das vom Algorithmus mittlerweile übersehen. Ja, also Abo, Glocke drücken, lasst ein Like da. Ihr wisst ja, wie es ist. Und auf jeden Fall alles in die Kommentare. Aber ihr müsst nett zueinander sein, sonst gibt es Kraftmager für alle. Das kann keiner wollen. Und ich, ich gehe jetzt in die Sonne und das mache ich wirklich, denn es ist richtig schön. Ich habe nämlich jetzt noch ein Regelwerk zu lesen, wozu ich ein Video mache und das mache ich schön auf dem Balkon. Macht's gut. Du möchtest die Tabletop-Show DICE supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem DICE-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style Olymp auf, du unterstützt damit auch DICE und hilfst dabei mit, Tabletop Great Again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der DICE hängt und lege das Schwarz an.